Fynn ulti Grüezi, Seine Verte. Sie brauchen keine Anne Lange, ich bin Verte die Elefanten, usw. Was ist das Fynn? Willst Du gerade einen Kekse? Eigentlich liebe ich! Warum seid ihr hier nicht dabei, dass ihr Gesicht mit Kekse enthalten? Ja, gönn ihn doch dem Keks, bist du nur für einen? Ja, du? Wir müssen einfach nur ein bisschen... Oh, mein Beauty, der liebende Elefant! Ich liebe Rose, und Rose lief mich! Ich will nicht sterben! Ich weiß, aber wir haben keine Wahl. Ich bin sorry. Nein! Nein! Das wird gross sein. Oh nein! Escapeshuttle. Es gibt einen Krümelmonster. Die konnte man jetzt nicht aufhalten, so langsam wie der war. Oder die. Oh nein! Oh, warte mal! Oh, was? Oh! 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 Toll, die wäre eh nicht weitergekommen als die Decke. Aber echt? Glaub ich, eine Kiste oder so was ist das? Ja, ja. Ich will mich auch mal umgucken. Das ist nichts persönliches. Wir müssen nur die Kugeln schreien. Schau mal hier unten ist das Spielzimmer, wo wir vorhin waren. Wir haben das ja auch gesehen. Also die Elefant. Oh. Da runtergerast. Von unten haben wir das Spiel auch gesehen. Oh cool, hier ist so ein alter Automat. Kennst du die noch vom Jahrmarkt? Ja. Freisdinger. Achso, wir müssen den steuern. Ah ok. Was passiert? Dann geht er runter. Müssen wir jetzt den Elefant graben oder wie? Ja. 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 Oh. Nee. Ich will einfach warten in der Ecke. Ja. Achso, der läuft hier nur im Kreis. Jetzt. Nee. Ist ja langsam. So. Ich dachte, der geht jetzt dann. Komm mal jetzt hier, du blöde Elefant. Fanti. Nee. Irgendwie war mir das klar jetzt. Wen sucht sie da drin? Guck ich doch. Die kommt nicht raus. Ja, aber dann würde ich mir irgendwas überlegen und nicht einfach nur rumrennen. Das ist ein Elefantenspielzeug, Mann. Mit Knöpfen vorne dran. Das hat kein Gehirn. Der reden kann. Nee. Das will die immer da unten lang oder was? Ob die das checkt, weil das da leuchtet? Schönen wir mal. Ja. Nee. Jetzt, oder? Ah. Ah. Nauber. Haben wir die gar nicht gefangen, aber egal. Ah. 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 Fuck. Oh. Oh. Oh, we gotta get her to the edge of the bookshelf. Bars on the outside. Come on. Drop her. gute Zeit. Uh. You scared me. schon ein bisschen brutal oder ja vor allem so niedliches spielzeug außerdem wenn das das lieblingsspielzeug von rosie ist dann ist es ja auch quatsch das kaputt zu machen eigentlich wollen wir auf träumen raus irgendwie tränen damit die wieder groß werden ja aber das ist ja trotzdem irgendwie komisch aber irgendwie müssen es halt zum heulen bringen dabei erwarten können bis die merkt dass die eltern gar nicht mehr mit der reden spiel vorbei fertig also richtige folter ist hier also müssen drücken zerfetzen wir eben das vier hier im massaker oder war's wenn das hier aussieht wie so ein kinderspielzeug am ende ist das innen sich bestimmt hier an dem roten noch fest nee hat er nichts mehr doch noch elefant schnabel rüssel denn die hat uns gar nichts getan ja wir müssen sagen wir müssen drücken jetzt haben wir es durch oder was keine ahnung das ist gut honey ja ja come on darling cutie oh you okay oh no cutie poor cutie okay i'm sorry i'm so sorry you hurt yourself mei i think it's working yes she's crying yes come on all right we gotta get down there uh quick uh before she stopped this way komm come on oh my god ahahaha okay oh stop your partner komm her ahaha okay wuuu ach esque du wütend jetzt geht es nicht haha Und das ist nur, oder? 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 Ja! Das ist nur, oder? Das ist nur, oder? Das ist nur, oder? Ja! Das ist nur, oder? Das ist nur, oder? Das ist nur, oder? Okay, einer von uns klonen sich, denn der andere ist vielleicht übel langsam oder schnell. Das ist nur, oder? Das ist nur, oder? Also, das ist nur, oder? Woaah! Ha ha ha! Ha ha ha! Oh ho ho! Is that me? It's you and me! That's right! But as you can see, you're on parallel tracks, not connected to each other. You must follow these tracks and make them beat again! Remember that! If you succeed, you will be rewarded and your first piece of the letter! Good luck! Wow, that's so annoying. Yeah, but... That's so annoying. That's so annoying. Well, why don't we follow these tracks? The book said we have to make the two meet. So what? Let's just do it. We need Rose's letter to break the spell. Can you do something here? Ah so... Ach so, dann geht der Vogel weg oder so was. Oder kommt wieder. Genau. Ah! Ah, okay, gut. Beschissener! Bist du auch tot? Nee. Ach so, du kannst einfach mal... Ah! Nein! Hä? Schaffst du das? Kann ich sonst? Es geht schon, aber es ist irgendwie seltsam. Ich dachte, ich kann das auch während das Einfeld noch stoppen. Dann musst du dich klonen. Ja, aber den Schalter. Ich muss den Schalter loslassen, bevor er mich nicht klonen. Aber irgendwie kann ich mich zu dem Klon hin teleportieren. Vorhin stand da zum Klon teleportieren, aber irgendwie kommt das nicht mehr. Ja. Dann musst du den Klon vor die Tür setzen. Ah, ist damit eher zu. Dann geht's. Gut. Gut. Hui! Ah, da oben war was zum dranhängen. Ah, okay. Da kann ich den Bus hochstellen. Was denn hoch? Ach so. Ach so. Der kommt ganz runter. Äh, du musst dich irgendwie an den Haken hängen, glaube ich. Oder? Ich muss den erst hochziehen. Ich weiß nicht, wann du den erreichst. Ah, und dann gegenüber auf die andere Seite. Jo. Ah, da unten ist ein Weg. Oh nein. Die bricht ein. Ich muss die dann halten. Wie blöd, ey. Wieso bricht das dann immer? Hä? Wo bin ich jetzt? Oder muss ich noch was machen? Nee, nee. Ist schon richtig. Ich muss jetzt hier die Brücke wieder hinstellen. Oh nein. Oh nein. Aber wie kommst du dann weiter, wenn du jetzt da drüber gehen solltest? Warte mal. Hier oben ist ja auch noch ein Button. Siehst du den? Ja. Was ist denn da? Na. Geh immer auf den Kopf drauf. Geh auf den Kopf drauf. Geh das nicht. Ah. Hups. Ach, nee, nicht so richtig. Muss ich halt. Das halten ist irgendwie. Achso. Muss ich halt was von Klon halten. Dann macht die nur ein Klon. Kommen wir erstmal wieder ganz raus da Dann mach ich dir nochmal Vielleicht kannst, musst du mit deiner eigenen Person dahin Das ist gerade meine eigene Person, also Mach nochmal zurück Zeit So, oder was? Dann Entschuldige ich nicht Dann versuch nochmal den Klon da drauf zu packen oder so Das ist nicht der Klon, das bin jetzt ich Ja, aber wenn du da bist, kannst du den Klon noch da hinsetzen Die glitscht, die bleibt nicht drauf stehen Aber wenn du dann ganz schnell LT drückst Während du da drauf bist Das passiert jetzt, guck mal, der Klon bleibt da unten Du musst den erstmal zurücknehmen, wahrscheinlich Ich kann immer jederzeit einen neuen machen Aber die glitscht immer so runter auch, wenn ich drücke hier Also ich kann Bei einem neuen machen wir ihn so richtig Dann mal Du musst dir irgendwie eine Zeit finden, wo ich auf den Kopf kann Gibt das Sinn? Mach dir mal einen Tick höher Vielleicht kann ich mich da unten festhalten oder so An dem Schnabel Ja, denke ich so Was ist mit dem Klon da jedes Mal? Alles hinkt da drin, jetzt geh mal da weg Also die Brücke zu mir Richtung Die Brücke zu mir Richtung Nee, der Klon bleibt da an der Stelle stehen Warte mal Das gibt's an einer anderen Möglichkeit Geht aber was offen da hinten? Oder muss ich jetzt da? Du musst vielleicht Ja, ich weiß Warte mal Nee, geh wieder hoch Noch, 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 noch So, dass die Brücke ganz ist Und dann, wenn das Ding unten ist Dann klone ich mich da hin Oder teleportiere ist das ja eher Okay, das hat nicht gepasst Aber es könnte klappen Und dann Äh, schiebe ich die wieder nach oben Ja, genau Muss nur noch weiter